Ja, grüß Gott, ich bin der Erhard Treuer, der Hotelier hier vom Alpin Panorama Hotel Lerchenhof in Heiligblut am Großglockner. Endlich nach über einem halben Jahr dürfen wir unser Hotel wieder öffnen. Wir haben aber die Zeit genützt und unsere Rezeption neu gebaut, die wir euch jetzt hier kurz vorstellen möchten. Untertitelung des ZDF, 2020